Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, Stardew Valley, mir lieben Sira Kumori. Hi, und dem Hund, der nicht aufhört mit dem Schwanz zu wehlen. Ja, nervig ist viel. Wir haben zu viel Stoff. Boots, 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 Boots. Wir haben jetzt 12 Stoff. Wow. Geil. Ja, ich kann es jetzt zur Runde nähen. Yay, da freue ich mich. Kann man, kann man auch die Fledermausflügel mit dem Stoff verbinden? Du kannst alles benutzen mit den Dingern. Darf ich testen? Ja, natürlich. Sofern wir genug von dem Krempel haben. Ich nehme mal fünf Stoff mit. Ich bring mal mein Fisch in Sicherheit. Ich nehme mal mit Schattenessenz, nehme ich mit einmal. Solar ist jetzt noch einmal mit. Fledermausflügel nehme ich noch einmal mit. Ich nehme mal Schleim mit, vielleicht ist cool. Gefreunde Tränen, geht die auch? Es geht alles. Okay, aber heute nicht mehr. Und bei jedem kommt halt was anderes raus. Aber heute geht es nicht mehr. Nee, schlecht. Oh, ich habe Holz gefunden. Cool. So, einmal ein Blub, ein Blub-Arsch. Ein Ali-Bär und Le-Katzen-Fisch. Yay. Bin mal gespannt, was es dafür gibt. 30 Köder. Yay. Toll, ne? So, was fehlt noch? Einmal der Glas-Augen-Barsch und ein normaler Glas-Augen-Barsch. Und das war's. Ja, und die Glas-Augen-Bärsche kannst du in den Höhlen kriegen auch. Nee, das ist ein anderer. So, Störhammer, Bunt-Barsch haben wir, Kotzen-Fisch, Blaub-Arsch und Aal. Kotzen-Fisch. Wir wollten noch einen Teich bauen. Oh. Der Blaub-, der Glas-Augen-Barsch, den gibt es erst im Herbst wieder. Oh, toll. Schön. Ja, vielleicht haben wir Glück und wir kriegen ihn mal unten bei dieser Ollen da. Tja, oder man kann ihn kaufen. Na. Nicht Glück. Glas aufmachen. Entschuldigung, dass es gerade so laut ist. Es war sehr laut. Kuspel, kuspel, kuspel. Ja. Ich brauchte Wasser. Wasser? Ja. Ich verstehe nur Wurzeln-Echsten. Kommst du bald dabei? Ja. Jetzt nervt doch nicht. Nass. Bin ja gleich do. Oh, ich muss auch noch das Obst ernten. So, zwei Aprikösken müssen wir aufheben. Ja. Lalalalala. Oh. Ich hab eine Kaktusfrucht geerntet. Eine Kaktus? Ja. Akaya kann sich gerade nicht um deine Anfrage kümmern. Dann halt nicht. Er schläft schon. Ich schlafe schon. Hallo? Ich war schon im Tiefschlaf. Ja, ich, ich merk's. Der hat schon gesabbert. Mhm. Danke. Bitte. Lämmer, wolle ich die nochmal haben? Ähm. Moment. Emily will sie haben. Also die mit der Schreibmaschine, ja. Die mit der Nähmaschine. Mit der Nähmaschine, ja. Plümmchens! Plümmchens! Oh, ich dachte, das war voll falsch. Ich glaub, voll besoffen irgendwie. Zwo Marsch hatte meine Nähmaschine. Ah, ich muss nicht mehr Jeezen tun im, im, äh, Jeeweckshaus. Yay. Oh. Nein! In meine Erdbeere hat ein Blitz eingeschlagen. Das ist schlecht. Meine schöne Erdbeere. Nein! Ich hatte doch nur sechs Stück gepflanzt. Jetzt ist eine wieder weg. No. Ich geh nähen. Mach dort. Ich geh weinen. Viel Spaß. Ich muss jetzt mal überlegen, wo diese Emily nochmal wohnt. Ähm. Ich glaub, unten. Links oder rechts. Irgendwo. Huiuiui. Ja, genau, meine Rede. Huiuiuiui. Mani ist dann wieder unterwegs, statt in ihrem Laden zu stehen. Ja, heute ist Montag. Und? Die geht immer spazieren. Wegen ein paar Sekunden. Komm. Fünfzig. Haha. Da war ich schon dran gewesen. Ich hab's gemerkt. So, einmal Stöffkens. Und einmal... Solaressenz. Mach auf! Und einmal Schattenessenz. Coole Sachen. Fledermausflügel. Schleim. Gefrorene Träne. Hätte ich nochmal was gehabt, hätte ich sogar... Äh... Oh, das sieht ja cool aus. Das gefällt mir. Guck mal. Achso, du bist gar nicht mehr da. Doch, da, guck mal. Joa. Warte mal. Kann ich das dir nicht schenken? Schade. Milch! Milch! Hätte ich jetzt noch Stoff gehabt, hätte ich sogar noch aus der Mayonnaise was machen können. Dille.... Wie, das aussieht. Das sieht mir echt falsch aus. Hahahaha. 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 So. Ja, verlagern wir hier den neuen Traum. Hast du das schon von unserer Nachbarin gehört? Die hat die Wand eingeschlagen. Weiß. Das ist ein typischer Kaffee-Tratsch. Warum das denn? Wollte sie auch ein Advedukt bauen, was zusammenbricht? Ja, Wasser gelassen hat sie ja schon. Die haben das nochmal als Advedukt bauen lassen. Und nach dem letzten Schumpf war alles futsch gewesen. Alles. Ah. Kann ich mal aufstellen. Bitteschön. Bitteschön. Oh, du hast eine gefunden. Danke, die sieht lecker aus. Lecker. So, ich geh jetzt in die Wüst. Mache, Datte. Mein Nas ist... Oh, gib wieder eine neue Carvest. Hallo, Marni. Hallo, Carni, Marni. Ich habe gehört, dass es einen Schnaps aus Kartoffeln gibt. Wenn du weißt, was ich meine, könntest du mir ein oder zwei Fässer bringen, was Kartoffelschnaps? Ja. Okay. Ich habe eine Idee für ein... Für eine neue Bett. Ist Ethanolich sogar Kartoffelschnaps? Ja. Hey, ich habe eine Idee für eine neue Bett. Ja, klingt doch logisch. Und ich brauche 80 Harthölze. Ich habe nicht mal drei. Ich nehme Kartoffeln. Ich brauche Kartoffeln anbauen. Hättest du das gewusst, hätte ich die Kartoffeln noch nicht weg. Hey, Alter. Ich brauche Kartoffeln. Ist das das Skelett, was ich da was geben muss? Ne, ne? Hm? Den Skelett muss ich... Da muss ich den Skelett was geben. Was? Wie? Wo war... Hä? Ja, hier in der Wüste. Äh, achso, ja. Diesem Skelett, wo der liegt an dem Kopf. Und dann, ja, die Essenz geben halt, ne? Okay. Bin gelangweilt. Könnte mir jemand Grünkohl bringen? Was hat die Frau mit Grünkohl vor? Vor lauter Langgeweile? Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte. Du legst die Essenz in den Drachenstund. Erst dann bemerkst du eine Notiz, die in den Augenhöhlen versteckt war. Du hast dich bewiesen, Kindchen. Schau dir mal den Holzstapel neben deinem Haus genauer an. Wenn du hinkimmst. Du, dass wir kommen, ob hier in der Wüste... Komm mal, ein Rufismus. Ob hier in der Wüste vielleicht noch was zum Ausgraben ist. Wenn ich eh gerade hier bin, weißt du. Und ich bringe Kokosnüsse mit. Geil. In drei verschiedenen Qualitäten. Auch gut. Yep. Zurück. Zurück. Ich habe das Gefühl, das Universum hier besteht eigentlich nur aus einem... Aus wie... Wer weiß vom Meister Kayo? Den kleinen Planeten? Ja. Weil sie fällt immer nur in eine Richtung. Ja, ich müsste da jetzt irgendwie dran kommen, ne? Kann ich das Ding mal abbauen hier? Ja. Ja gut, du kriegst den Diamant mittlerweile zurück. Ja. Unter ein Stück Holz findest du den Gegenstand Clubkarte. Du weißt nicht, wofür er da ist. Aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde deinen Geldbörsen zugeflügt. Damit kannst du ins Casino. Hier gibt's ein Casino? Ja. In der Wüste. Da stand immer so ein Türsteher vorne dran. Ah. Das heißt, ich darf jetzt nochmal in die Wüste fahren? Ja. Unter Umständen. Ja, ich habe den Diamant mit reingeschmissen. Ich brauche Vogelscheuchen. Ne ganze Menge Vogelscheuchen. Die mir die ganze Bude verseuchen. Aber jetzt brauche ich eh nicht mehr Lust zu fahren, weil es ist sie gleich eh weg. Und dann los. Yep. Hä? Ja. Die Kartoffeln sind gesaved. So. Oh, ich habe eine Hühnerstatue gefunden. Brr. Brr. Oh, ich muss auch noch den Reis ernten. Das sehe ich ja jetzt erst. Meine Nase juckt. Dein Juck zurück. Und hier ist eine Pflanze eingegangen. Ja, das war bei den Erdbeeren. Da ist ein Blitz eingeschlagen. Ach so. Blitz! Donne! Schlauch! Schlauch! Ich gehe in den Casino und verbrate unsere Kohle. Nein! Mein schönes Geld. Mein hart verdientes Geld. Die Jack Black spielen. Äh. Jack Black. Black Jack. Ich habe ein Bild bekommen. Von anscheinend Marnie mit ihrer kleinen Tochter. Da war es noch schlank gewesen. Okay. Und jetzt ist Darsch fett. Ja. Mit ihren Hühnern und Küchen und so. Voll süß. Und Louis? Nee. Nein. Lässt ich mich drauf. Ich weiß. Ich mein doch nur. Ich wein doch nur. Du wolltest ein Lagerhaus bauen. Ja, ich weiß, dass ich ein Lagerhaus bauen wollte. Das Holz habe ich jetzt dafür geholt. Sehr gut. Das sind Läuse, die sehr fleißig arbeiten. Ja, fleißig. Starkes Zeug. Ach, die Kartoffelstärke. Kartoschken. Kartoschken. Ich bin mal gespannt, ob wir jemals in dieser Aufnahme das Alien treffen werden. Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe es ja noch nicht in meinem privaten Dingens gehe getroffen. Na, jetzt sind wir ja zu zweit, ne? Jep. Jetzt mal gucken, aber einfach aus Neugier. Blup. Ich meine, es ist ja dunkel, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie man den sieht. Ob das jetzt irgendwie so ein Event, weißt du, so ein Video-Event triggert oder ob der einfach nur irgendwo rumsteht. Keine Ahnung. Müsste man googeln. Goggeln. Da stand ja nichts. Das ist es ja. Ja, vielleicht steht ja mittlerweile was da. Ja, dann... Das ist ja schon ein bisschen älter jetzt. Dann goggeln mal. Ja, mache ich ja, wenn ich esse. Wenn man jemals dazu kommt. Ach, ich komme immer dazu zu essen. Essen geht immer. Ja, essen geht immer. Ich gehe ins Bett. Mach das. So. Ich pflanze noch Reis. Was? Ein Reakt von einer Gruppe, die ich gern gucke. I cooked a chicken by slapping it. Hä? I cooked a chicken by slapping it. Was? Er brät einen Huhn, indem das erschlägt. Ja. Okay. Macht total Sinn. Mega. Ich habe noch was vergessen. Jetzt aber. Ich komme ins Bett gefliegt. Das sieht hier irgendwie komisch aus mit den Masken. Schon. Wir haben so ganz bestimmte Vorlieben, ne? Also da nicht wundern. Im Übrigen habe ich Klamotten in eine Kiste reingetan. Da kannst du ja auch was, äh... Uh. Klamotten. Ja. Kannst dir was aussuchen, was du anziehen möchtest. Oh, es regnet. Oh. Ein Gewitterli. Wir haben doch schon Batterien. Oder meinst du, kannst du das doch nochmal machen? Ja, natürlich. Ja. Wir haben aber keine Regenbogengeschel mehr. Hatte ich nicht zwei aufgehoben? Wir hatten nur eine einzige. Okay. Ja. Uh-huh. Doof. Limettengrün gestreiftes Shirt. Was ist das? Jobahemd. Arkaneshemd. Ich bin ein Zauberer. Goldene Mayonnaise. Goldene. Mayonnaise. Ja, du sollst den Baum nicht kaputt schlagen. Ist ja ein böser Baum gewesen. Ja, der war sehr unartig. Ja. Hallo, meine lieben Piechern. Ein Vorteil hat das Regnen auch noch. Der Hund kommt nicht raus. Ja. Oh, noch mehr Brütteln. Ja, dann macht er das im Haus. Dong, 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 dong. Ist ja nicht so schlimm. Noch mehr Flüchte. Die Viechers. Die Viechers können bald raus. Le Viechers? Ja, die Viechers. Le Viechers. Ja. Hi. Hi. G. 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 Im Übrigen ist hier die Kokosnuss und die Batterien drin, weil ich nicht wusste, wo rein damit. Okay. Schattenmayonnaise. Das da, das da, das da. Brauchen wir die Enden fehlen dann auch nochmal für irgendwas? Ähm, ich weiß nicht. Ich gebe sie einfach mal auf. Konja nicht schorde. Jupp. Oh, guck mal, die beiden Batterien sind sogar schon am Arbeiten. Äh, am Arbeiten? Ja, da ist schon was eingeschlagen. Achso, ja. Ich dachte, es kämen sofort die Batterien raus, ob ich vergess, dass es so ist. Nee, nee. Das dauert die Arbeiten dran. Komm, Mädel, lauf doch mal schneller. Ich will unser Geld verbraten im Casino. Ich hab mein Haken vergessen. No. Ja, ich arme. Jupp. Ab ins Casino. Da, 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 da. Ab ins Casino. Di, 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 di. Ihr riecht uns nicht, geil. 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 Eine Schützeljagd, nur um das Casino zu geben. Eigentlich wäre eine Schützeljagd dafür, um Geld auszugeben. Kweil. Du kannst eintreffen. Okay. Dusch. Ich hab eingetreten. Okay. Statistiken von Akaria. Akaria. Schritte. 157.815. Vergebende Geschenke 6. Tage in Sternentotal 121. Haken benutzt 221. Höchststätte Gegenstände 58. Bei mir ist es bestimmt irgendwie das Fünffache, weil ich immer alles herstellen muss. Geschüttete Monster 398. Äh, 89, so. Gefangene Fische 78. Wow. Eigelversuche. Eigelversuche 543. Was? Was für Versuche? Eigelversuche. Achso. Sie hat's versucht. Verschickte Gegenstände 3050. Wow. Also ich könnte für 1000 G 100 Kwee Coins kaufen. Kwee Coins. Das ist ja Kwee? Heißt das so, oder? Ja, Kee, Kwee, irgendwie sowas in der Art. Mr. Kwee, schön dich endlich zu treffen, Kind. Willkommen in meinem exklusiven Clubhouse. Psst. Psst, psst, psst. Ich habe eine Statue des ewigen Glücks zu verkaufen. Für nur eine Million G. Was meinst du? Keine Chance. Da du ja deine Stahlachs wahrscheinlich einstecken hast, gehe ich halt die Hacke auf Gold aufwerden. Okay. Klingt das sehr begeistert. Guck mal, natürlich ist mir alles in Ruhe an. Willst du ein wenig, äh, was? Calico Jack spielen. Hier brauchst du 100 München. Ja, mach mal halt mal. Mein schönes Geld. 13. 14. 21. Wow, gewonnen. Gewonnen. Ja, ist wie Blackjack. Ja, ne, das mit 21 halt, ne? Mich wundert tatsächlich nur, dass die das auch tatsächlich so dringelassen haben. Weil ist doch Glücksspiel, weißt du? Ja. So, ich habe 500 G bekommen, 500 G bekommen, okay. Ach, hier stimmt. Kartoffeln angebaut, habe ich ja schon. Kartoffelig, Kartoffelig. Kartoffelig. Glücksspiel, Glücksspiel. Akaya verbringt den Rest seines Lebens im Casino. Und ich darf alles alleine buckeln. Und darf ihn mit Geld versorgen. Genau. Ich beschaffe das Geld, Akaya geht ins Casino. Genau, so machen wir das jetzt. Mit meinem hart verdienten Geld. Und dann werde ich auch noch angemault, wenn ich irgendwas davon kaufe, ne? Wie kannst du nur Essen und Trinken davon kaufen? Nimm das, was man anpflanzen soll. Ja. Du bist noch nicht bereit. Ja, ne, wenn es geht weg, ist es weg. Ich gehe an die Fülle rein. Habe ich keinen Bock drauf. Was Gescheites kriegen kann man anscheinend eh nicht dafür. So das ganze Zeug hier. Joa, so eine Glücksstatue halt. Ja, für eine Million. Ja. Oder hier eine Uhrbewegung, eine verbrannte Opfergabe, Highway 89. Oh, eine Sammelfugel, Sammlervugelscheulchen kannst du kriegen. Oh ja, stimmt. Da ist auch noch eine, ja. Ja. Ich erinnere mir. Die kostet aber auch 10.000. Geld oder Münzen? Diese komischen Münzen hier. Ah, okay. Da müssen wir mal in Ruhe. Wenn wir mal mehr Geld haben, können wir das mal von mir aus investieren. Ja, einfach, ich würde sagen, einfach Kohle in Münzen umtauschen und dann kaufen. Ja, aber wenn du doch, wie viel war das gewesen für 1.000? Nee, 100. Irgendwann haben wir so viel Geld. Mach dir keine Sorgen. Also hier kannst du 100 Münzen 1.000 gegen 1.000. Ja. Und da tauschst du halt immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis du halt genug hast. Ja. Ich sag ja, irgendwann haben wir so viel Kehle, ja. So viel Kohle, da können wir es uns leisten. Wenn wir das Dreifache von denen haben, was wir jetzt haben, dann können wir nochmal drüber reden. Ja. Das Dreifache muss es mitnehmen. Ja, spätestens, wenn unser Gewächshaus voll mit diesem uralten Zeug ist, dann geht das richtig rund. Ja. Dann geht's ab. Dann feiern wir die ganze Nacht. Ja. Ding Dong. Wenn das mal gehen würde in den Spielen. Manchmal vermisse ich sowas. Ja, schon irgendwie. So ein bisschen. Honig. Lecker Honig. Hier bist du ja sozusagen dazu gezwungen, dich hinzulegen. Ja. Wie viele Dingensbummens habe ich eigentlich? Oh, drei Stück? Wie viele Dingens und wie viele Bummens? Ja. Wie viele Dingens und wie viele Bummens? Drei Stück. Ich gucke mal, ob ich eine Legenbogenmuschel finde. Äh, drei. Ich kalaume mal holz. Nein, keine Regenbogenmuschel da. Ja, die sind auch nur im Sommer da. Alter Seemann, ich habe dieses alte Aluminium zu kaufen. Aber irgendwas sagt mir, dass du nicht bereit dafür bist, Bursche. Hä? Das ist praktisch die blaue Feder. Das kannst du, das kannst du nur kaufen, wenn du bei jemandem genug Herze hast. Ach so. Brauchen wir die für irgendwas? Ja, zum Heiraten. Also andere Leute heiraten. Okay. Aber für uns zum Beispiel brauchen wir die jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich denke nicht. Dafür gibt es ja den Hochzeitsring, ne? Jo. Holz. Zieh. Das macht nix stolz. Zieh. Was? Zieh? Holzi stolzi. Okay. Ja. Hast du dein Dings geholt gehabt? Was? Auftrag gegeben, was du haben wolltest. Nee, noch nie. Außerdem, heute war Dienstag. Heute wäre es eh nicht gegangen. Ach so. Ich habe wieder zwei Bäumchen umgenatzt. Ich habe es gehört. Und mein Ohr juckt. Ich bin wieder auf dem Hof. Ich bin wieder auf dem Hof. Hm? Ich bin auch wieder auf dem Hof. Ich habe es gehört. Ach so. Na dann. Kann ich eigentlich schon kochen? Äh, ja. Wenn du die richtigen Sachen hast. Freilich. Was brauche ich da? Ei. Ei und Milch. Ich könnte Omelette mal machen. Milch. Hm. Omelette klingt gut. Heizenmehl, Tomaten, Käse. Süßkartoffel, Zucker. Weizenmehl, Ei. Weizenmehl, Weizenmehl, Regenbogenforelle. Eine Fulele. Fisch, Seetang, Reis. Omelette und Passinake. Okay. Da kann ich eine Bauernmahlzeit machen. Da sind interessante Sachen dabei. Du wirst doch normalerweise mehr Geld geben. Aber was machst du da? Scheiße, es ist der Hund im Weg. Mann. Ach, mies. Nein, 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 nein. Nicht abbauen. Sonst ist das weg. So. Scheiße. So. Oh Mann. Bläder Hund. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Illi. Tschüss.